Hallo Leute und herzlich Willkommen in meinem neuen Video und zwar Roblox. Noch eine kleine Ankündigung. Als erstes am Tag kommen immer Roblox Videos und dann kommt Minecraft Video. Naja, wenn es euch das Video gefällt, Daumen hoch, wenn es euch nicht gefällt, Daumen runter. Abonnieren, damit keine weiteren Kunden wie es mehr verpasst und die Glocke aktivieren, keine Ahnung warum. Aber ja, macht es mal bitte. Ja, let's beginn. Ich wollte noch sagen, wir spielen Prison Life 3. Wie ihr es schon hören könnt, ich bin schon in Roblox drin. Also bei Roblox heute gibt es ja zwei Videos und da mache ich einmal Prison Life 3 und einmal Cat. Und irgendwann gibt es auch mal Squid Game. Falls ihr es nicht kennt, ja, ich mache euch ein Video, wie Squid Game heißt. Oder einmal drauf, das Toilette, war vielleicht mein Vater. Und ja, beim Minecraft gucke ich noch. Auf jeden Fall habe ich schon Roblox Videos geplant. Let's beginn. Gut, vielleicht steht morgen dort so eine kleine Uhr und dann, ja, kann ich auch öfters mal auf die Uhr gucken. Ich habe Angst, dass mein Handy wieder runterfällt. Ich habe Angst, dass mein Handy wieder runterfällt. Ich habe Angst, dass mein Handy wieder runterfällt. Okay, heute sind wir wieder auf der Polizeisele. Und ja, das war ziemlich easy. A table? Oh no! A table! It's broken! Falls ihr den Meme nicht kennt. Oh, Entschuldigung! Dann muss es für euch nicht gut enden. Hallo? 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 Warum will hier nichts funktionieren? Egal, dann sind wir heute so eines Wurts. Funktioniert der Hut? Egal, dann sind wir heute so eines Wurts. Und... Hier... Egal, dann... Egal, dann... Buh... Da... Da... Ah... Jetzt beginn. Und das ist irgendwie jetzt... So ungewöhn... Äh, dass ich jetzt die Waffe mit... Mit einer Hand halte. Und kann... Und wird anders reloaded. und das hier oben ist auch neu gemacht finde ich auch so geil da werde ich jetzt hier zerballern bin ich sauer perfekt du kommst hierher bis er ist ja No, das ist ja auch nieder. Na, 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 na. Gut. Kann das sein, dass ich schlechter im Gewinn gewonnen bin? Ich glaube, ich habe fast keinen Schaden mehr. BOOM! Aber hier ist der King. Das Gewehr macht irgendwie weniger Schaden mehr. Komm her. Höh! Was ist denn los? 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 Ich bin so richtig... was ist denn los? Hallo? Scheiße! Das war low! Das war low! Ach komm! Ja, nö, nö, nö. Ach komm, schieß mich. Das gibt's nicht. Ei, ei, ei. So Leute, die lange Wartezeit wollte ich euch nicht antun. Deswegen habe ich einen kleinen Kett reingemacht. Oh! Ist aber neu. Das ist aber... Savus! Das war richtig Schinken. Aber ist das Schinken oder Fleisch? Sieht so ein bisschen aus wie Schinken. Okay. Gleich gehen wir auch mal auf die böse Seite. Ja, dann gehen wir eben jetzt auf die böse Seite. So Leute, wir sind fast da. Und ja... Ihr wartet noch ein bisschen. Drei, zwei, eins! Und jetzt... We are Grimio. Okay, dann... Ticken wir mal... Ticken wir mal... Ticken wir mal... AK... Und... Dich! Bei der Bummi. Okay, dann fahren wir mal mit dem Auto zur Bank und dann zum... Ihr wisst schon. So ein Juwelier. Oder erst ein Juwelier. Der Juwelier hat halt... Die größte Beute. Aber ich gebe Bank. Ich... Ich gönne mir die Bank. Bank lieben dich. Die Bank lieben mich. Und jetzt... Aua! Aua! Oh... Wir heilen... Wir heilen erst mal im Trieber. Erst mal heilen. Sonst können wir hier nicht raus. Okay. Ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube, ich bin bereit. Raus hier? Hallo? Hallo? Scheiße. Verging Polizei. Ah, nee. War gut. Hey! Kann die Beute loswerden? Jetzt nochmal rein. Und nochmal Beute holen. Puh! Zack! Zack! Bumm! Hi Mama! Ja, lasst euch von meiner Mutter nicht hören. Scheiße! Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Okay, zum Juwelier. Haben wir schonmal 6400 auf der Bank? Hallo, lass mich raus. Danke. Oh. Ähm. Jetzt zum Juwelier. 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 Er hat Diamanten. Ich liebe Juwelier. Weil ich den ausrauben kann. Jemand hat mir das sogar schon parat gemacht. Du kommst hier nicht dran. Du kommst hier nicht dran. Ein Diamant bringt 1000 und wir können nur bis 500. Aber ähm. Da hab ich einen speziellen Trick. Wir nehmen Diamond. Und warum breite ich mir auf der Bank? Puh! Geiler Bank! Also bis zum Juwelier. Das in jumping one. Is a bro in jumping. Well. Ah, das hasse ich. Hui! Easy. Okay. Raus! Raus! Let's go! Jetzt MLG's. Ich möchte da nichts essen. Scheiße. Hallo. Hab ich denn gewohnt? Oh shit. Okay Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, liken. Und ja, falls es euch nicht gefallen hat, Daumen runter, abonnieren, damit keiner weiteren coolen Videos mal verpasst. Und die Glocke aktivieren. Keine Ahnung warum, aber bloß mal aktivieren. Und das war's. Ciao.